hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal und heute sogar mit einem aufnahmepartner die guten kevin ja moin und ja das ist sogar lustigerweise die person weshalb ich vor produzieren muss lol und ja erst mal den hälfte kassieren und ja wir haben ein kleines themmchen mitgebracht damit das hier nicht wieder allzu langweilig wird wie die 8x1 runden und zwar ich weiß nicht ob leute aktiv twitter folgen oder nicht je nachdem könntet ihr wissen dass kevin und ich aus pila raus sind also die ganzen vor produzierten videos war ich noch in pila und ja wir haben halt einen eigenen clan gegründet gab ein bisschen interne streitigkeiten in der leitung weshalb ich dann sag ich mal angefangen bin als erster zu lieben und da ist der liebe finder auch direkt mit bezogen so nett wie ich bin na also man muss ja da immer sagen die gründe bleiben natürlich privat sag ich mal also wird man nicht nennen da könnt ihr auch so lange nachfragen wie ihr wollt die werden niemals gesagt werden also zumindest nicht von uns aber das was da halt so abging entsprach entsprach halt nicht mehr dem sinn den wir halt hatten unter einem clan und ja dann hat sich das halt so ergeben und wir beide sind jetzt die lieder des tollen clans silenzium wir haben auch schon ein paar member besteht jetzt auch schon ein zwei tage und sobald ich halt wieder bei mir bin werden wir dann auch die ersten cw spielen und ich denke mal da werden sich dann auch einige auf meinem kanal wieder finden und äh wow wow alter was war das denn ach hey ja ich warte immer noch nicht ach alles easy kannst ruhig finishen dann gehen wir einfach noch eine runde ja ich werde mal die klampage unten verlinken falls sie bis dahin schon etwas design sein sollte vielleicht machen kevin und ich das ja auch ein bisschen wenn ich bei ihm bin ich weiß es ja nicht wir müssen auch noch auf das logo warten wird die dementsprechend gut oder schlecht aussehen ich dachte schon du wärst geflogen das wäre was neues und ähm genau boom ich gehe einfach mal der nützlichkeit halber in die zweite runde einfach weil ich gerade im redefluss bin ähm und weil es gerade läuft ja und äh wie gesagt die clampage ist halt unten in der beschreibung könnt ihr einfach draufklicken werdet jetzt fan und oh no irgendwann finden wir uns wieder unter primus okay ne das wird niemals passieren xd und äh ja die member werden bis dahin denk ich mal beziehungsweise member und test member werden bis dahin denk ich mal auch schon feststehen also könnt ihr euch da mal so ein bisschen reinschnüffeln ähm ja wird bestimmt nice oder kevin ja denk ich mal schon dass es eine neue Zeit wird nein jetzt auch nicht ich glaube in der nächsten Zeit den Clan verlassen also sei es jetzt irgendwie wieder reopen oder so der Clan wird auf jeden Fall jetzt hoffentlich einige Zeit bestehen ich glaube das sind Finn und ich welche die noch mit und längst so aus der Szene da sind und zum Clan ganz gut führen können ja und auch einer der Leute sind die halt nicht alle zwei Wochen einen neuen Clan haben und wenn wir schon einen eigenen Clan haben wird das eh erstmal durchgezogen und wenn da halt irgendwas nicht passt dann wird das Problem gefixt so schaut's aus so schaut's aus da hab ich auch schon das nächste oder da nice Junge macht ja richtig Bock ja man ja man und äh wird auch nicht so bitter enden wie bei The Dream ah das war echt ein kompletter Reinfall ah Junge das war halt nur ein Reinfall wegen einer Person aber miese ich glaube unser Wett ist weg oder? ne ist Team Roter Moin Paul Shit happens ähm ich hab grade gesehen hier war noch ein Roter ich weiß allerdings nicht Moin Bruder Ach ihr seid da beide Och seid ihr Hunde Okay ein Roter baut sich hinter der Basin entlang Ich weiß nicht ob der sich raus baut aber Der Grüne hat einen Punkt Warte Hede Bebe Uah Schiek ist der andere Roter runter gelaufen oder was ist los? Ja der ist einfach gestorben hm Schiek Wie lang nehme ich jetzt auf 6 Minuten 5 Sekunden? Ach 5 Sekunden 5 Minuten mein Gott bin ich verblödelt Alter haben wir noch einen hinten dran, oder machen wir das dann als nächste Aufnahme? Weh ist nett, das ist auch ein Junge. Weh ist nett. Eigentlich können die, das war jetzt so schnell runtergebrettert, da könnte man sogar Uncut hochladen, Alter. Das wäre die erste Folge Uncut. Neu. Na komm, dann gönnen wir den Zuschauern zwei quicke, schnelle Runden mit ein paar Infos. Ja, dann hoffe ich, dass euch die Runden gefallen haben. Natürlich ist auch der gute Kevin in der Beschreibung verlinkt. Und followt rein. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend, Nachmittag, irgendwie sowas. Man hört sich. Tschö, bitte. Ciao, ciao.